Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute geht es um Impfungen einerseits für ältere Patienten und für Patienten mit Immunerkrankungen, zum Beispiel Rheuma oder auch Patienten, die immunschwächende Medikamente nehmen müssen. Ich habe einige Interessenskonflikte, die mich aber bei der Erstellung dieses Vortrags nicht beeinträchtigt haben. Das ist der Impfkalender der Ständigen Impfkommission und auf der linken Seite sind vor allem Impfungen für jüngere Menschen, hier bis 16, 17 Jahre. Das kennen sie. Kinder werden gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Kinderlähmung geimpft, was eine relativ neue Impfung ist, mittlerweile auch schon einige Jahre, aber vielleicht für viele nicht ganz so geläufig ist die Impfung gegen humane Papillomaviren, auf die ich später nochmal eingehen werde. Und für ältere Menschen ist es so, dass ab 60 Jahren eine Impfung gegen Pneumokokken empfohlen wird und eine Impfung gegen Gürtelrose, Herpes-Zoster und Influenza, also Virusgrippe. Ganz grundsätzlich ist es so, Impfungen schützen vor Infektionen und da geht es um Infektionen, die bei Immunschwäche gehäuft auftreten. Häufig sind die Patienten leider eher noch schlechter geimpft als die Allgemeinbevölkerung. Es gibt aber keine Belege, dass Impfungen Schübe von Immunerkrankungen auslösen. Die meisten immunschwächende Medikamente stören leider den Impferfolg und Lebendimpfungen können unter immunsuppressiver Medikation häufig nicht gegeben werden. Erfreulicherweise ist es aber so, dass Erwachsene nur in Ausnahmefällen Lebendimpfungen erhalten müssen. Das ist eher ein Problem in der Kinderheilkunde. Wer gilt als Immungeschwächt und sollte geimpft werden? Alle Patienten mit Krebserkrankungen oder rheumatischen Erkrankungen sollten speziell für ihre Immunschwäche geimpft werden, insbesondere dann, wenn sie eine immunschwächende Therapie erhalten. Beispiele dafür ist Pregnisolon, das ist ein häufig eingesetztes Kortisonpräparat, Methotrexat, was MTX abgekürzt wird, Zyklophosphamid, ein Chemotherapeutikum oder verschiedene Antikörper, zum Beispiel Rituximab, TNF-Ferma, Interleukin-6-Inhibitoren oder die in der Rheumatologie relativ neuen sogenannten JAK-Inhibitoren. Auch banale, häufige Erkrankungen, die jetzt nicht mit dem Immunsystem primär zu tun haben, führen zu einer Immunschwäche. Das kann Diabetes sein, Typ 2 oder Typ 1, Lungenemphysem oder COPD, hauptsächlich durch Rauchen, Niereninsuffizienz, schweres Übergewicht, aber auch schwere Unterernährung oder Alkoholismus schwächen das Immunsystem. Die Impfquote bei Rheumapatienten, das sind jetzt etwas ältere Daten aus der Universitätsklinik Würzburg. Da wurden die Patienten gefragt, ob ihnen bewusst ist, dass es eine Impfung gegen Pneumokokken, also den Erreger von Lungenentzündungen gibt. Und je nachdem, welche immunsuppressive Therapie die Patienten erhalten haben, war es so, dass etwa die Hälfte bis so knapp oder gut 70 Prozent sich bewusst waren, dass es diese Impfung gibt. Aber nur 16 bis 39 Prozent, bei den unter 60 Jährigen tatsächlich nur 16 Prozent, waren tatsächlich gegen Pneumokokken geimpft, also sehr wenig. Und bei der Impfung gegen Virusgrippe war es so, dass sehr viele Menschen, fast 97 Prozent, sich bewusst sind, dass es diese Impfung gibt. Und da war die Impfquote auch nicht so schlecht, da waren bis zu 69 Prozent der Patienten auch dagegen geimpft. Jetzt gibt es verschiedene Medikamente, die den Impferfolg einschränken. Das ist ja so, die Impfung trainiert sozusagen das Immunsystem, aber das Immunsystem muss eben auch reagieren können. Und wenn dann immunschwächende Medikamente im Spiel sind, kann das manchmal nicht so funktionieren. Allen voran sind das Medikamente, die die T- oder B-Zellen, das sind besondere Lymphozyten oder weiße Blutkörperchen, unterdrücken. Ganz zuvorderst zu nennen ist das Zyclophosphamid, jede Form der Hochdosischemotherapie, jede Form der Stammzelltransplantation und bestimmte Antikörper, nämlich Alemtuzumab, Retuximab, Okrelizumab oder Abatazept. Und auch für Methotrexat gibt es solche Hinweise, da zeige ich Ihnen später eine sehr spannende Studie. Später ist genau jetzt. Also, die Studie ist 2018 gemacht worden, noch vor der Pandemie, damals gar nicht so wahrgenommen worden, aber jetzt im Zuge der Pandemie auf großes Interesse gestoßen. Da hat man hier oben H1N1 und H3N2 sind Virusgrippestämme. Da hat man die Impfung gegen Virusgrippe genommen und hat das verglichen Patienten, die MTX genommen haben, wegen einer rheumatischen Erkrankung. Und die eine Hälfte der Patienten hat die MTX durchgängig genommen, wurde geimpft. Und die andere Hälfte der Patienten hat nach der Impfung zwei Wochen lang, also zwei Spritzen, MTX ausgesetzt. Und da war es jetzt dosisabhängig so, dass das zweiwöchige Aussetzen der MTX-Spritze zu besseren Spiegeln von Impfantikörpern geführt hat. Das heißt, die Impfantwort war besser, wenn man das Methotrexat zwei Wochen pausiert hat. Was bedeutet das jetzt für uns in der Praxis? Das bedeutet, dass, wenn ich ein besonders gutes Impfansprechen haben möchte, ich überlegen kann, Methotrexat eine oder zwei Wochen nach der Impfung auszusetzen. Man muss sich aber bewusst sein, dass das Methotrexat ja nicht ohne Grund gegeben wird, sondern der Patient vielleicht eine aktive Autoimmunerkrankung hat. Und wenn dann das Pausieren vom MTX dazu führt, dass der Patient einen Schub bekommt und dann vielleicht hochdosiertes Kortison braucht, dann ist gar nichts erreicht worden. Das heißt, das sollte sinnvollerweise nur in Absprache mit dem Arzt passieren und nur dann, wenn die Immunerkrankung sehr, sehr gut kontrolliert ist. Rituximab ist ein Antikörper gegen B-Zellen und leider, anders als die meisten anderen Rheumamedikamente ein Risikofaktor für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Infektion. Das Impfansprechen ist unter Rituximab eingeschränkt. Die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie empfiehlt daher idealerweise sechs Monate Abstand zur vorangegangenen Rituximab-Gabe und vier Wochen Pause mit der nachfolgenden Gabe nach der Impfung. Eventuell kann man auch überlegen, die Therapie jetzt im Zuge der Pandemie umzustellen, wobei das immer weniger notwendig wird, weil die meisten Patienten ja jetzt geimpft sind. Wenn ich eine dringliche Therapieindikation habe, der Patient sonst Schaden nimmt, vielleicht sterben kann, dann gibt man das natürlich auch so. Und man muss sich bewusst sein, dass Rituximab ist ein gewisses Risiko, aber eine unbehandelte Immunerkrankung, die vielleicht zu einer schweren Nieren- oder Lungenschädigung führt, ist ebenfalls ein Risiko. Es gibt bestimmte immunschwächende Medikamente, unter denen man eine Lebendimpfung theoretisch geben könnte und welche Impfung geht es da überhaupt. Mumps, Masern, Rütteln ist die klassische Lebendimpfung. Das betrifft nahezu ausschließlich Kinder. Es gibt eine Impfung gegen Windpocken für Kinder, die eine Lebendimpfung ist. Für Erwachsene die Impfung gegen Herpes Zoster, also Gürtelrose, ist eine Totimpfung. Es gibt auch eine Lebendimpfung am Markt, aber die wird nicht mehr verwendet. Und was man sonst machen würde, Pneumokokken, Covid-19, Tetanus, Keuchhusten, sind alles Totimpfungen, alles kein Problem. Grippe, gibt es Lebend- und Totimpfungen, aber die meisten gegebenen Impfungen sind Totimpfungen. Das Einzige, was bei Erwachsenen sein kann, wäre eine Gelbfieberimpfung. Wenn man unbedingt in ein Gelbfieberland reisen möchte, das muss man sich dann eventuell sehr gut überlegen, ob das wirklich notwendig ist. Aber Lebendimpfungen sind möglich unter Hydroxychloroquin, also Quensyl, Sulfasalazin oder Mesalazin, die zum Beispiel für Morbus Crohn gegeben werden, unter weniger als 10 Milligramm Prednisolon pro Tag. Bei Methotrexat unter 20 Milligramm ist es eine sogenannte Einzelfallentscheidung. Da muss man mit dem Patienten besprechen, dass ein gewisses Risiko vorhanden ist. Auch Ziklosporin, Leflonomid und Apremilast sind Medikamente, unter denen man im Einzelfall besprechen muss, ob man eine Lebendimpfung geben möchte. Das sind alles Überlegungen, die vor allem in der Kinderheilkunde von relevant sind. Weil wenn ich ein Kind habe, das vielleicht mit zwei Jahren schon kindliches Rheuma hat, dann stellt sich natürlich vielleicht die Frage nach einer Lebendimpfung. Das Kind nicht zu impfen bedeutet natürlich, dass es die Infektion erleiden könnte, was dann ebenfalls nicht sinnvoll ist. Impfung für immunsupprimierte Erwachsene. Ich gebe jetzt mal einige Krankheiten durch. Pneumokokken habe ich eben schon mal erwähnt. Streptococcus pneumoniae ist der korrekte Name des Erregers. Es handelt sich um einen Erreger der Lungenentzündung. Da gibt es 93 Serotypen. Die Infektion ist über Schmier- oder Tröpfcheninfektion. Viele Menschen haben das im Körper, ohne krank davon zu werden. Verursacht Atemwegsinfektionen, aber auch Hirnhautentzündungen, kann auch eine Ohreninfektion machen. So eine Lungenentzündung mit Pneumokokken kann einen ganz schweren Verlauf nehmen und gerade für ältere oder immungeschwächte Menschen auch tödlich sein. Es sind zwei Impfungen am Markt, Pneumovax und Prävenar. Für gesunde Erwachsene wird einmalig Pneumovax ab 60 Jahren im STIKO-Impfkalender empfohlen. Gesunde Kinder erhalten Prävenar, weil deren Immunsystem auf das Prävenar besser reagiert als auf das Pneumovax. Und für immunsupprimierte, also immungeschwächte Erwachsene wird in jedem Alter empfohlen, erst Prävenar und sechs Monate später Pneumovax zu impfen und anschließend alle sechs bis zehn Jahre mit Pneumovax aufzufrischen. Dann gibt es noch die Impfung gegen die Reaktivierung einer Infektion mit Varicella zoster, also die Gürtelrose. Varicella zoster verursacht bei Erstinfektion Windpocken. Die meisten erwachsenen Menschen haben früher Windpocken gehabt und das Windpocken-Virus verbleibt im Körper und kann eine Gürtelrose auslösen. Das passiert vor allem bei Stress, schwerer Erkrankung, immunsuppressiver Medikation. Und diese Gürtelrose, die dadurch wieder auftreten kann, die kann durch die Impfung verhindert werden. Bei denjenigen, die nie Windpocken hatten, weil sie zum Beispiel jetzt heutzutage erst 15 sind und als Kind dagegen geimpft wurden, die können keine Gürtelrose bekommen und müssen sich deswegen auch nicht gegen Gürtelrose impfen. Es gibt einen Totimpfstoff, das Produkt heißt Schingrix. Also gibt es zwei Impfungen im Abstand von zwei bis sechs Monaten. Für Erwachsene ab 60 Jahren ist es generell empfohlen und für immunsupprimierte Patienten bereits ab 18. Impfungen für immunsupprimierte Erwachsene weiter. Saisonale Grippe, also Influenza A und B, ist auch ein Erreger von Atemwegsinfekten. Problematisch kann sein, dass man erst Virusgrippe bekommt und dann eine bakterielle Lungenentzündung zusätzlich. Ist auch eine Tröpfchen- oder Schmierinfektion. Die Saison ist vor allem Oktober bis Mai bei uns und die Impfung muss jährlich neu gemacht werden, je nach den vorherrschenden Stämmen. Die ist auch mal besser, mal schlechter, muss man sagen. Die Impfung wird ab 60 empfohlen, aber auch für besondere Risikogruppen, also zum Beispiel Schwangere ab dem zweiten Trimenon, Heimbewohner, Kontakte von Risikopatienten, also zum Beispiel die Familie eines Krebspatienten sollte sich gegen Grippe impfen, um denjenigen nicht anzustecken und bestimmte Berufe, zum Beispiel medizinisches Personal oder Lehrer. Dann noch Meningokokken. Das ist auch ein Bakterium. Das kann auch Atemwegsinfekte, aber eben auch eine Hirnhautentzündung auslösen und auch da sind tödliche Verläufe möglich. Da gibt es zwölf verschiedene Serogruppen in Deutschland, vor allem B und C. Auch das ist eine Schmier- und Tröpfcheninfektion und ganz ähnlich wie bei den Pneumokokken ist es auch hier so, dass ein kleiner Teil der Bevölkerung das Bakterium auf den Schleimhäuten trägt, ohne davon krank zu werden. Wenn man Kontakt hatte, zum Beispiel das Pflegepersonal in einer Notaufnahme, wenn jemand mit bakterieller Meningitis kommt, muss man eine Antibiotika-Prophylaxe durchführen. Die Impfung gegen Meningokokken C ist in Deutschland für gesunde Kinder empfohlen. In Großbritannien wird auch gegen Serogruppe B geimpft. Laut Ständiger Impfkommission wird es nicht empfohlen, wahrscheinlich wegen der relativ schlechten Verträglichkeit des Impfstoffs. Es gibt aber auch Kinderärzte in Deutschland, die dringend dazu raten, das zu machen. Bei schwerer Immunsuppression, insbesondere wenn die Milz entfernt werden musste oder wenig Immunglobulin vorhanden ist, kann man überlegen, ob man gegen ACWY und B impfen möchte. Es sind eventuell auch Reiseimpfungen. Ich habe noch ein ganz schreckliches Bild für Sie. Das ist ein kleines Kind, das eine Meningokokken-Infektion hatte, die so schwer war, dass die Arme und Beine abgestorben sind und amputiert werden mussten. Humanes Papillomavirus ist eine Geschlechtskrankheit. Es gibt 200 HPV-Genotypen. Die Durchsorgung in der Bevölkerung ist hoch. Ungefähr 80 Prozent der Deutschen hatte Kontakt zu HPV. Meist ist das symptomlos, befällt Haut-Genital-Anal-Bereich und Mund-Rachen-Raum, heilt normalerweise nach zwölf Monaten folgenlos aus. Es gibt aber auch so Warzen, die man davon bekommen kann im Intimbereich. Das ist ganz störend. Das wird vor allem durch HPV 6 und 11 ausgelöst. Und Sie können eben leider auch zu Krebserkrankungen des Mundes, des Gebärmutterhalses, von Vulva, Vagina, Penis- und Analbereich führen. Da sind die Hochrisikoviren 16 und 18. Jetzt ist es so, dass Patienten, die HIV-krank sind oder organtransplantiert sind oder die rheumatische Erkrankung systemischer Lupus erythematodes haben oder auch einen angeborenen Immundeffekt, haben ein erheblich höheres Risiko dafür, dass diese HPV-Infektion eben nicht nach zwölf Monaten folgenlos ausheilt, sondern chronisch wird. Und im Falle einer chronischen HPV-Infektion ist es so, dass sich am Gebärmutterhals sogenannte Dysplasien, also Fehlbildungen bilden, die dann zu einer Gebärmutterhalskrebserkrankung sich entwickeln können. Und das ist beim systemischen Lupus sieben bis elfmal häufiger. Es gibt auch zehnmal mehr Gebärmutterhalskrebs beim systemischen Lupus und auch bei der Rheumatoiden Arthritis ist das Risiko erhöht. Es gibt auch Hinweise, dass das Risiko bei anderen Immunerkrankungen erhöht ist. Die HPV-Impfung, es gibt zwei Impfstoffe am Markt, Gardasil 9 und Cervarix, die sich gegen HPV 611, 16, 31, 18, 33, 45, 52 und 58 richten. Es sind zwei bis drei Gaben empfohlen, je nach Alter des Impflings. Die ständige Impfkommission rät dazu, Jungen und Mädchen im Alter von neun bis 14 Jahren zu impfen. Idealerweise sollte die Impfung vor dem ersten Geschlechtskontakt zu Geschlechtsverkehr sein, damit man eben nicht angesteckt wird. Zugelassen ist die Impfung bis zum 26. Lebensjahr. Es wird nicht empfohlen, vorher HPV zu testen. Leider ist nicht davon auszugehen, dass die aktive Infektion durch die Impfung aushalt. Die Impfquote ist sehr schlecht. Das sind jetzt Zahlen aus 2018. Da waren in Bayern 22 Prozent der 15-jährigen Mädchen geimpft. Bei den Jungs ist es noch schlechter. Und bei den Patienten mit systemischem Lupus waren, obwohl die ja so ein hohes Risiko haben, eine solche Krebserkrankung zu bekommen, leider ganz wenig Patientinnen geimpft. Dann gibt es noch die Impfung gegen Covid-19. Das kennen Sie, die BioNTech und Moderna-Impfungen als mRNA-Impfungen und die mittlerweile kaum noch genutzten Impfungen von Johnson & Johnson oder AstraZeneca oder Novavax. Das sind alles Totimpfungen, in dem Sinn, dass es eben kein abgeschwächter, lebender Erreger verimpft wird. Man kann durch die Impfung die Infektion nicht entwickeln. Alle Erwachsenen sollten dreimal geimpft werden. Bei Immunschwäche und ab dem 60. Lebensjahr sind vier Impfungen empfohlen. Für ganz ausgewählte Patienten, zum Beispiel jemand, der regelmäßig Rituximab-Infusionen braucht, kann man auch eine fünfte Impfung diskutieren. Ich habe Ihnen nur noch mal zum Abschluss mitgebracht, wie das mit diesen mRNA-Impfstoffen funktioniert, weil es so neu und so spannend ist. Da ist es so, dass mRNA, das ist, ich fange noch mal anders an, die Zelle hat einen Zellkern, darin ist DNA, da sind alle Bausteine des Lebens kodiert und die wird umkodiert in RNA und die RNA wird genutzt, um Proteine herzustellen und den Menschen aufzubauen. Und genau diese RNA wird dem Körper gespritzt, wird von der Zelle aufgenommen, von den Kraftwerken der Zelle oder von den Bauwerken der Zelle abgelesen. Das Protein, in dem Fall ein Protein des Covid-19-Erregers, wird hergestellt, wird dann außerhalb der Zelle sezerniert, wird von anderen Zellen oder auch von denselben Zellen wieder aufgenommen und dem Immunsystem als fremd präsentiert. Und das Immunsystem lernt dann, darauf zu reagieren. Das ist eine ganz besonders elegante Art, eine Impfreaktion hervorzurufen. Und damit komme ich auch schon zur Zusammenfassung. Also die meisten Patienten mit Infektneigung profitieren von Impfungen gemäß der ständigen Impfkommission und auch insbesondere von jährlichen Grippeimpfungen. Durchimpfungsrate ist leider je nach Impfung oft nicht so gut, wie sie sein könnte. Die neue Zoster-Impfung sollte besonders beachtet werden. Alle Patienten sollten gegen Covid-19 geimpft werden. Unter B-Zell-deplitierenden Therapien und eventuell Methotrexat oder möglicherweise auch Abadazept ist das Impfansprechend schlechter. Auf Lebendimpfungen muss bei Immunsuppressiva oft verzichtet werden und das Umfeld sollte großzügig alle Impfungen erhalten, wenn ein kranker Mensch in der Familie lebt, insbesondere Grippe. Und damit bin ich schon durch und freue mich über Ihre Fragen. Wir haben eine erste Frage und zwar ist die Frage, ob Rituximab und Infleximab gleichzusetzen sind und das kann man mit einem klaren Nein beantworten. Infleximab ist ein sogenannter TNF-Hämmer, der sich gegen den Botenstofftumor-Nekrosefaktor richtet. Rituximab ist ein Medikament, das die B-Zellen im Körper entfernt aus der Blutbahn. Die B-Zellen sind jetzt genau die Zellen, die die Antikörper bilden. Das heißt, wenn ich Rituximab gebe, habe ich danach keine Antikörperbildung mehr oder jedenfalls keine neue Antikörperbildung. Also ich habe kein Antikörper-Impfansprechen. Ich habe immer noch ein Impfansprechen durch andere Zellen im Körper, nämlich die T-Zellen. Deswegen ist die Impfung nicht völlig sinnlos, aber sie wirkt nicht mehr so gut, weil ich keinen Antikörper-Titer aufbaue. Wohingegen der TNF-Hämmer das Impfansprechen, wenn überhaupt, nur ganz wenig stört. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise eine Therapie mit einem TNF-Hämmer plant und sagt, ich möchte mich gern gegen Pneumokokken impfen, kann man das durchaus auch machen, wenn man den TNF-Hämmer schon spritzt, da muss man nicht warten. Wohingegen vor einer Rituximab-Therapie, wenn das denn zeitlich aufgrund der Erkrankung möglich ist, vielleicht erst geimpft werden sollte und dann die Therapie gegeben werden sollte. Schauen wir, ob wir noch weitere Fragen bekommen. Okay. Ich denke, wir haben keine weiteren Fragen. Ich freue mich, dass Sie teilgenommen haben, hoffe, dass Sie vielleicht ein bisschen was erfahren haben und dann sehen wir uns möglicherweise an dieser Stelle wieder.